das ist ein sehr guter youtuber finde ich da geht es hauptsächlich um elektronik oder selbstgebaute sachen könnt ihr alles durchschauen finde ich richtig cool natürlich auch schon abonniert und natürlich auch die glocke aktiviert wie sie es gehört auf youtube das muss man einfach ich liebe die ganzen videos und freue mich jedes mal um ein video leider kommen da sehr wenig videos du kannst auch für mich meinen kanal vorstellen bei dir dich wenn du das willst ich finde deine videos cool